und geschafft nach dem gold, gucken wir uns mal an ähm ja okay Aua 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 ja okay, alle meine Boogies sind weg ich kann gleich aufgeben eigentlich verdammt nachher, ähm, ich hab das inzwischen auch gestartet die hab ich nämlich nicht gemacht ja dann bilden wir noch ein paar Tropen aus wir haben echt viele Weihnachtsbäume hier zwei, vier, sechs, sechs Stück noch drei von den gruseligen Bäumen das hab ich auch gestartet ja, deshalb können wir jetzt nicht die Boogies, äh, die Truppen nutzen ich könnte die Ausbildung beenden oder könnt ihr gleich machen ne ich glaub, Leute für heute ist Schluss wir sehen uns dann beim nächsten Mal wenn es euch gefallen hat dann lasst mal ein Like da ich würde mich auch über einen positiven Kommentar freuen äh abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal Tschüss Willkommen zurück zu Clash of Clans ist lange keine Folge mehr umgekommen ich weiß liegt daran, äh dass ich SFS aufnehme und den, äh Flightpilot Simulator und dann noch SimCityBuilded und Minecraft ja ich glaube ich muss da noch was ändern das ist irgendwie zu viel ja auf jeden Fall ich nehm jetzt eine Clash of Clans Folge auf und äh ja ich hab die hier noch nicht verbessert hab ich vergessen, alle anderen hab ich die hier auch und hier im Bauweiterdorf die Juwelenmine die hab ich endlich und auch das dritte Lager aber hier greifen wir auch direkt an und ja versuchen da ein bisschen Gold elekziert zu gewinnen ich glaub das lass ich so da setz ich ein paar Bahnen hin Autsch Autsch die wurde direkt weggesetzt ähm da kriegen wir noch ein paar Prozente so direkt gewonnen ich glaub als nächstes kommt die Bauweiterkaserne und dann gehen wir noch mal kurz hier rüber fortknops versuchen wir noch mal fortknops versuchen wir noch mal auch 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 Ok, gut, sie gehen noch auf die Riesen. Ah, Mist. Nee, das wird nix. Ok. Oh, ich wusste gar nicht, dass ich Ballonparade gemacht hab. Na gut, versuchen wir es nochmal. Mal sehen, ob es diesmal besser klappt. Diesmal alle auf eins. Und komm, komm, komm. Ja. Wir haben 100%. Die können nichts dagegen tun. Wir haben 100%. Ja, ja. Nice. Ballonparade halt. Ja. 100%. Easy. Und das ganze Loot bekommen wir auch schon vorher. Ja, 50% und gleich kriegen wir auch schon den zweiten Stern. Boom. Zweiter Stern. Und die letzten 20% kriegen wir auch noch. Easy. Easy. Perfekt. Schnappt die Kobolde. Ah, 50 Juwelen. Äh, 50 Sterne. So, können wir hier noch was machen? Nö. Können wir nicht. Okay. 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 Kommt. 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 Los. Los. Ja. Oh, nur 50%. 2 Sterne. Ganz gediegen. Ja. Ich glaub das gewinnen war. Den verbogenen Tesla könnten wir verbessern. Dann noch die eine Doppelkanone, Bogenschätzenturm. Kracher. Okay. Ich mach hier nen Cut. Wir sehen uns gleich wieder.